so das war's mit dem redstone hier hier haben wir und hier hier haben wir noch gold ein bisschen was zumindest und hier noch redstone hier redstone und eisen ja mit jemanden ok holen wir uns die kohle hier ist doch ein bisschen kies hier sind schon wieder creeper gespawn anna mann und ein zocker zwei zombies ganz viele in der menschen hier ok aber wir sind auch glaub ich soweit fertig bis auf das redstone da vorne müssten wir jetzt soweit alles hier haben wunderbar wir sind zwar fast voll aber ein bisschen was geht noch so da machen wir unser kreuz rein genau hier wunderbar bis da ganz vorne passt es also machen wir jetzt die andere seite das kreuz das ist genau hier jetzt bin ich in der falle ah hier ist er wohl ertrunken so hier sind wir komplett durch und hier auch wunderbar das schöne ist jetzt ist hier überall das licht und jetzt machen wir hier das kreuz da kommt auch hier überall licht rein und hier auch und hier auch schade schade oh nein schade der ist wieder so hoch gewachsen dass ich hier einfach hoch gehen kann leute so hier das hier war es nicht dann war es das hier und hier sind wir noch nicht fertig genau okay wir müssen alles haben super super dann wieder hoch und den rand einmal ausgraben ja schön hell hier leute und überall die enemen alles voller schleime wäre mir lieber naja machen wir hier und ein loch rein und wobei jetzt glaube ich wird eher das hier voll wir sind ja jetzt tiefer das heißt hier gab es gab es mehr bedrock das heißt jetzt eben mehr tiefen schiefer was schade ja das ist hä wo ist das hin da hinten steht ein animal ich hätte fast ein animal angesehen sehen, Leute. Und wäre hier in einer Todesfalle gewesen. Ja, keine Ahnung, woher nist. Machen wir weiter. Mist, das war zu weit. Egal. Okay, das nächste wäre das. Also das heißt, wir sind einsigvoll. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder runter. So, hier müsste es sein, oder? Nein. Da vorne ist es. Ja, wir sind komplett voll, Leute. Nein, ja doch. Hier könnten wir die Diamanten noch machen. Und dann machen wir hier das noch so. Wir sind also nur fast ganz voll. Oh, schön, ein Eisenbahn. Hier ist alles volle Monster, Leute. Wir sind auch fast. Das ist ein Creeper. Skelette. Wow, das war jetzt nicht ganz so nett. Okay, graben wir weiter. Hier hatten wir nicht gegraben. Da hatten wir. Alles voller Creeper. Das geht doch schon wieder genau durch den Kopf, Leute. Hier hatte ich aufgehört. Das war jetzt auch knapp, Leute. Wenn ich ihn erwischt hätte, hätte er mich angegriffen. Passt. Dann hier weiter. Und das müsste jetzt, glaube ich, die letzte Seite sein. Der im Randung. Da kommt ein Enderman auf mich zu. Ich glaube, er ist weg. Oder zumindest woanders hingegangen. Also es war doch nicht die letzte Seite. Ich habe mich um eine offenbar vertan. Das muss ich vorhin übersehen haben. Oh, ich habe hier Erfahrungsbute bekommen. Sehr schön. Aber jetzt sind wir durch. Oh, ich habe sogar einen neuen Stapel Pfeile. Sehr schön. Okay, Enderman sind immer noch da. Machen wir die Umrandung weiter. Solange es noch geht, bis unser Inventar voll ist, Leute. Und jetzt ist es, Leute. Ich bin eh gespannt wie lange oder wie viel wir dieses mal abbauen werden, da wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin in unserer Maschine, das heißt wir haben da auch schon einiges in der Mitte abgegraben, abgebaut, das heißt wir werden hier nicht viel abbauen, schätze ich mal. Aber wahrscheinlich reicht es dennoch um voll zu werden, sind wir ja auch schon fast. Ah schön. Ja, fast sind wir voll. Ja. Ja. Oh, ich bin genau jetzt voll geworden. Oh Mist, das ist bitter. Machen wir das noch schnell als Anfang, denn wir haben hier eine neue Umrundung fertig. Und dann gehen wir uns in eine Tat ausleeren. Baby Zombies. Hallo. Mal sehen, ob sie uns finden und verfolgen. Nein. Hoffenbar nicht. So. Dann packen wir mal hier die vollen Sachen weiter rein. So. Und das sind jetzt nur noch angefangene Sachen, aber es ist immer noch nicht voll. so. 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 Dann nehmen wir das mit hoch. Wobei das so wahrscheinlicher wird. Und das so auf. So. So. Das ging in die Hose, aber jetzt. der Creeper ist immer noch da hinten. So. Das ist es nicht. Da ist eine Spinne. Und das ist es. Licht. Da sind ein paar Zombies. Irgendwann kommen die hier hoch. Hier war das. Machen wir weiter. Da kommt ein Zombie auf uns zu. Die sind oft immer unter uns. Das heißt unter uns ist Platz, aber wir haben ihn noch nicht freigegraben. Aber es hört sich an, als wäre es sehr nah. Also bald. Ja. 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 Ja.